Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und heute ist es wieder soweit, über zwei Wochen sind schon wieder vorbei. Und es heißt für mich, ich muss auf die Waage. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an mein letztes Video, da habe ich ja so ein bisschen gestrauchelt und habe erzählt, naja, das Problem ist, dass irgendwie mein Gewicht nicht mehr so richtig fällt. Das Problem ist, dass man so eine Plateauphase erreicht hat und dass jetzt hier irgendwie ein Stillstand angekommen ist. Dieser Stillstand zog sich jetzt auch. Allerdings habe ich dann noch mal gesagt, gut, dann muss ich jetzt hier an dieser Stelle noch einmal richtig Vollgas geben und quasi noch mehr Sport treiben. Und das sieht in der Statistik jetzt alles ganz anders aus und vor allen Dingen auch in den Kilos. Eine sehr interessante Dokumentation. 10.000 Schritte täglich, aus denen jetzt inzwischen fast 17.000 Schritte täglich geworden sind. Man könnte schon fast meinen, dass man ein bisschen süchtig nach Bewegung geworden ist. Und dass ich das mal sage, das überrascht uns alle, meine Lieben. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit diesem Video. Der Zimttäupe, der gestohlene Winter, der neue Adventskalender des Pelletier Verlags. Ab jetzt zum Vorbestellen verfügbar. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. Am 1.1. habe ich begonnen mit der Challenge. Ich bin zu kräftig und ich muss dringend abnehmen. Entsprechend muss ich jeden Tag 10.000 Schritte laufen. Für alle Zuschauer, die mein Format hier kennen, wissen, dass das bei mir andere Gründe auch noch hat, weil ich halt eine sehr sitzende Tätigkeit habe, mich sehr, sehr wenig bewege und nur auf 700 Schritte am Tag kam, war das für mich dringend notwendig, etwas zu verändern. Und letztendlich ist es dann so gewesen. Ich habe über 40 Kilo abgenommen. Also 40,1, glaube ich, hatte ich gehabt bei dem letzten Video. Und irgendwie stand das Gewicht dann aber über mehrere Wochen still. Erst einmal eine große Demotivation. So war es auch bei mir. Allerdings habe ich dann natürlich auch ein bisschen recherchiert. Wir haben uns mit dem Thema Plateauphasen auseinandergesetzt. Man erreicht circa nach einem halben Jahr so eine gewisse Plateauphase. Und um diese zu durchbrechen, muss man letztendlich Kalorien einsparen oder sich mehr bewegen. Und ich habe mich für Letzteres entschieden. Ich zeige euch mal Folgendes. Und zwar, das ist meine Aktivität noch vom 26. August bis zum 1. September. Hier oben seht ihr wieder den Durchschnitt 10.900 Schritte am Tag. Und ihr seht, dass meine Motivation ab diesem Tag, also ab Freitag, schon ein bisschen gestiegen ist. Mit 11.500, 12.000 Schritten, um dann nächste Woche etwas Neues zu beginnen. Nämlich zu joggen. Ich habe ja immer mal wieder so ein bisschen gejoggt. Aber irgendwie habe ich es nicht so richtig, nicht so richtig geschafft. Und dann ab Dienstag bin ich dann wirklich jeden Abend, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag, jeden Abend rausgegangen und bin nochmal 5 Kilometer zusätzlich gelaufen. Und das hat sich natürlich dann auch gleich in der Statistik bemerkbar gemacht. Wir reden jetzt hier von im Durchschnitt 15.500 Schritte, die ich am Tag gelaufen bin in der letzten Woche. Und das ist natürlich ein richtig, richtig cooles Ergebnis. Und hat mich natürlich auch total gefreut. Und ich habe einfach auch Spaß am Sport gefunden. Also dieses Joggen, ja, das macht mir einen so freien Kopf. Und auch von meiner Kondition habe ich das richtig gemerkt, wie von Tag zu Tag zu Tag es mir immer leichter fiel. Ich weniger Pausen machen musste. Und erst am Sonntag habe ich eine kurze Pause gemacht. Das war quasi nochmal der letzte Abend, wo ich live war für euch. Da konnte ich dann nicht joggen. Und abends wollte ich dann tatsache nicht mehr gehen. Aber im Großen und Ganzen waren diese fünf Jogging-Einheiten wirklich, wirklich gut. Und die setze ich natürlich jetzt auch in dieser Woche fort. Ihr seht ja das Video am Mittwoch gedreht. Es ist am Montag. Also fehlen euch hier auch einige Daten. Ansonsten habe ich noch dieses für euch hier. Und das ist nochmal der September im Überblick. Und hier sieht man auch, dass sich mein Kalorienhaushalt hier unten mit 11,7.000 Kalorien nochmal deutlich erhöht hat. Normalerweise habe ich immer so 7.000 in einer Woche verbrannt. Jetzt aber durch diese zusätzlichen Jogging-Einheiten habe ich nochmal meinen Kalorienverbrauch extrem in die Höhe gebracht. Und natürlich auch in der Gesamtübersicht sind wir jetzt bei 13.400 Schritte im Durchschnitt im Monat. Wir haben ja auch viele Tage übrig. Aber trotzdem ist das erstmal eine sehr, sehr gute Übersicht. Und im Gesamten bedeutet das, ich habe jetzt 42,1 Kilo runter. Also dann ging es auf einmal wieder ganz schnell. Und ich bin in mein altes Abnehmen-Verhalten gekommen. Jetzt muss man dazu sagen, schnell abnehmen ist nicht unbedingt gesund. Ja, das muss ich nochmal mit dazu sagen. Aber wenn man halt dann über mehrere Wochen auch kein Ergebnis mehr gesehen hat, wird jeder verstehen, dass man sich natürlich dann freut, wenn das Gewicht wieder nach unten geht. Denn, und das muss ich schon sagen, nicht abzunehmen ist frustrierend, wenn man trotzdem auf alles achtet. Und jetzt zeige ich euch mal eine ganz interessante Auswertung. Nämlich was ich seit dem 01.01. insgesamt geschafft habe. Und das sind diese Zahlen hier. Und das sind krasse Zahlen. Es sind wie gesagt 42,1 Kilo. Das ist das, was ich insgesamt abgenommen habe. Aber wenn wir mal auf den Kalorienverbrauch gehen, sind das 289.000 Kalorien, die ich nur durch diese 10.000 Schritte Challenge verbrannt habe. Und das entspricht 41,3 Kilo. Also das kann man damals schon relativ gut vergleichen. Das heißt, man kann sagen, von diesen 42.000, von diesen 42 Kilo bin ich 41 Kilo einfach weggelaufen. Und insgesamt bin ich 2500 Kilometer unterwegs gewesen. 2500 Kilometer. Ihr könnt mir mal gerne schreiben, was 2500 Kilometer von Berlin entfernt ist. Um mal so einen Vergleich zu haben, wie weit ich gelaufen bin. Insgesamt war ich 22 Tage nonstop unterwegs. Das sind 536 Stunden. Und ich stehe kurz vor den 3 Millionen Schritten. 3 Millionen Schritte. Also 2,947 Millionen Schritte seit dem 01.01., die ich gelaufen bin. Das ist schon ein richtig, richtig krasses Ergebnis, worauf ich natürlich auch total stolz bin. Und gerade wenn wir über dieses ganze Thema Joggen sprechen. Ich hätte es nicht gedacht, dass mir das so sehr gefällt, mir so den Kopf frei bekommt. Man entwickelt ja sogar Kontakte. Also wenn ich joggen gehe, ich treffe immer die gleichen Leute zum Abend, die auch joggen. Dann begrüßt man sich, nickt sich freundlich zu, zwinkert sich zu. Und das ist schon ganz interessant, wenn man einfach auch immer wieder die gleichen Leute trifft beim Joggen. Und einfach natürlich auch die Möglichkeit nochmal am Abend Vollgas zu geben. Ich schlafe seitdem richtig gut. Auch vielleicht ganz interessant. Danach dusche ich zuerst lauwarm bis hin zu kalt. Das tut auch nochmal richtig gut. Und man fühlt sich dann zum Ende des Tages richtig erholt. Etwas, was ich mir hätte vor Wochen oder Monaten gar nicht vorstellen können. Ist jetzt aber wirklich zu einem Punkt gekommen, wo ich mich einfach gut fühle. Und einfach merke, dass das die absolut richtige Entscheidung war. Und wenn wir über diesen ganzen Prozess des Wohlfühlens sprechen. Ist das etwas, was mir jetzt auch schon wirklich oft aufgefallen ist. Dass natürlich auch die positiven Kommentare hier aus der Community mir auch unheimlich gut tun. Ja, ich bekomme viele Nachrichten, wo es wirklich darum geht. Mensch, Danny, du hast ja wirklich abgenommen. Man sieht das. Ich merke das im Freundeskreis, im Kreise der Familie. Wenn ich Menschen länger nicht gesehen habe. Es ist immer für mich eine kleine Motivation, wenn man hört. Mensch, du siehst aber gut aus. Ich freue mich über viele, viele positive Beiträge. Es gibt eigentlich fast nichts Negatives. Was man ein bisschen als nervig empfindet, sind dieses, aber jetzt ist langsam mal Schluss. Weil ich das natürlich für mich selbst entscheide, wann Schluss ist. Und ich selber habe da ja ein Ziel, wo ich hin möchte. Und nicht etwa ein Ziel, weil es mir ein Arzt gesagt hat. Sondern weil ich ein Gewicht im Kopf habe, wo ich mich früher sehr gut mitgeführt habe. Und zu diesem Gewicht möchte ich ganz alleine ich persönlich hin. Und dass das den Menschen manchmal ein bisschen zu verklickern, fällt gerade so im privaten Kreis ein bisschen schwerer. Wenn Menschen da Meinung sind, dass ich schon zu viel abgenommen habe. Für mich selber sind 42,1 Kilo eine Menge. Und das alles ohne irgendwelche Operationen, ohne irgendwelche Medikamente. Einfach nur aus einem Antrieb, ohne Kooperation, ohne irgendwelche Dritten. Einfach nur, weil ich es für mich wollte. Und das ist für mich die stärkste Botschaft, die man bei einer Veränderung gibt. Und ich hoffe, dass es euch vielleicht auch ein bisschen motiviert oder mitreißt. Für alle die, die auch selber etwas verändern wollen. Denn kein Gewicht sollte von anderen beeinflusst werden. Nur wenn man selbst etwas verändern möchte. Dann ist dies der richtige Weg. So meiner persönlichen Meinung nach. Alles andere ist Quatsch. Keiner sollte abnehmen, wenn er selber sich wohlfühlt in seiner Haut. Ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt. Deswegen habe ich mir die Schuhe angezogen und bin losgelaufen. 2,947,423. Dritte. Ja, was für eine lange Reise. Danke schön, dass ihr mich bis hierhin auf dieser Reise begleitet habt. Ein bisschen habe ich noch vor mir. 17,9 Kilo bis zum Ende des Jahres. Mal sehen, ob ich es schaffe. Es sind ja noch einige Monate Zeit. Und jetzt im Urlaub habe ich ja auch sehr viele Aktivitäten vor. Deswegen, es wird schon klappen. Meine Lieben, das war es erstmal mit diesem Video. Danke schön, dass ihr eingeschaltet habt. Habt noch einen wundervollen Tag. Tschüss. 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 Tschüss.